Leute, ich habe es getan. Ich weiß nicht, wer eben im Stream dabei war, aber ich habe Overprime deinstalliert. Ich sage es so, wie es ist. Es fällt mir auch ein bisschen schwer, jetzt so darüber zu sprechen. Ich habe das jetzt mal ein bisschen sacken lassen, aber auf irgendeine Weise liebe ich Overprime. Und das Game hat mir auch immer richtig Bock gemacht. Und ich möchte jetzt noch einmal ein vorerst letztes Video zu Overprime machen und einmal ganz kurz darüber sprechen, warum ich das Game jetzt deinstalliert habe und wie es hier auf dem Kanal weitergeht. Es ist eher so recht uninteressant, aber warum habe ich das Game installiert? Das fragt sich bestimmt der eine oder andere gerade von euch. Und zwar ist es so, dass ich ja seit Anfang an Overprime gespielt habe. Seitdem es die ersten Testphasen gab. Ich meine, es gab ja Overthrone, da habe ich auch mal reingeschaut. Das war aber so verbuggt und kacke damals, dass ich das eigentlich nicht gespielt habe. Und ja, dann habe ich ja auch sehr, sehr viel Fault gespielt. Vor allem seitdem das Free-to-Play war. Ein bisschen davor habe ich sogar angefangen. Seitdem es so in den letzten Atemzügen gesteckt hat. Und als dann Free-to-Play war, habe ich da auch richtig reingesuchtet mit einigen von euch. Und Fault wurde ja dann geschlossen. Und wir sind dann alle froh gewesen, dass wir in den Testversionen von Overprime reingucken konnten. Und die Versionen von Overprime haben auch richtig Spaß gemacht. Das waren ein paar Sachen, über die hat mich jetzt nicht aufgeregt. Aber an sich war das Game schon richtig geil. Das hat schon Bock gemacht. Man ist rumgelaufen. Man hat geile Clips aufgenommen, coole Sachen zusammengeschnitten. Und die auch auf TikTok hochgeladen und so. Da könnt ihr euch ja ganz viele geile Szenen von mir angucken. Also das sind supergeile Szenen geworden. Und wenn man Overprime so diese Szenen sich anguckt, dann denkt man, da ist man so immer so richtig gehypt. Und denkt so, oh geil, da kommt jetzt ein neuer Held raus. Jetzt kam ja Drongo raus. Und ich hab mir sogar eben live im Stream noch für 10 Euro den Drongo-Skin gekauft. Und ich konnte nicht ein einziges Mal Drongo spielen, weil ihn entweder jemand weggepickt hat. Oder 37 Mal die Lobby gedodged wurde. Sodass ich jedes Mal 5 Minuten warten musste, bis die Draft-Phase vorbei war. Und dann jemand gedodged hat und man wieder 5 Minuten warten musste, bis man in die nächste Runde reinkam. Und dann wurde Drongo gebannt. Ja, und so hab ich dann quasi den halben Stream damit verbracht, zu versuchen in Games reinzukommen. Und Drongo zu picken. Im Rank natürlich. Quickplay macht mir nicht so viel Spaß. Ja, und dann, das ging nicht. Und da hab ich mir jetzt für 10 Euro den Drongo-Skin gekauft, den ich nicht mal mehr verwenden kann. Aber, sei es drum, ich unterstütze die Entwickler da gerne. Das ist auch so mein Grund. Ich brauch die Skins nicht unbedingt. Aber ich hab immer gesagt, ich kauf mir den einen oder anderen Skin. Weil ich erstens möchte, dass die was entwickeln. Das Game ist free to play. Ich bezahl da sonst nichts für. Und deswegen will ich den mal, wenn ich mir einmal im Monat da, weiß ich nicht, für einen 5er oder für einen 10er was kaufe. Dann bringe ich mich das nicht um und ich will das Projekt ja unterstützen. Da hab ich vorhin so frustriert, weil wieder so viel Scheiß in einer Runde passiert ist, dass ich gesagt hab, das kann einfach nicht sein. Mein Grundgedanke war, dass von Anfang an, als wir diese Testphasen gespielt haben, immer mehr Patches reinkamen, die das Game meiner Meinung nach verbessert haben, vordergründig. Aber das Game niemals wirklich verbessert wurde, sondern irgendwie immer mehr schlechte Sachen in das Game reingekommen sind. Das heißt, andere schlechte Sachen, ne? Also nicht, dass man sagt, okay, diese eine Sache, die jetzt schon immer blöd war, wurde nicht verbessert. Sondern es ist so, dass immer neue, andere schlechte Sachen hineingekommen sind. Und das hat mich sehr, sehr frustriert. Also das ist wirklich so ein Ding, was mich sehr frustriert hat. Ich zähl mal nur die Sachen auf, die ich vorhin in drei Matches erlebt hab. Also das erste Mal war, dass ich sehr, sehr oft, dass sehr, sehr oft die Lobby wieder gedotscht wurde. Zweitens hatte ich hohe Wartezeit und ich spiele abends. Drittens hatte ich, ähm, ich hab Rank gespielt und ich hatte Leute im Team, die haben so krass reingefeedert, die haben irgendwelche, irgendeinen Müll gepickt. Also es war einfach schrecklich. So, also die Teammitglieder, ne? Das Matchmaking. Dann, ähm, war der Announcer verbuggt? Das heißt, der hat irgendwelche Sachen gesagt, die, die eigentlich nicht gestimmt haben, wo ich so komplett verwirrt war. Weil wir eigentlich den Mini-Prime gehabt haben und dann hat einfach die Gegner den Mini-Prime gehabt. Ja, und dann, äh, hab ich auch erfahren, dass die Announcer-Stimmen verpackt sind. Dann, ähm, hat, äh, wurden bei mir übelst viele Attacken verschluckt. Zum Beispiel hab ich Twimblast gespielt und rechtsklickt und dieses Bang, 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 wo der so dreimal schießt. Ähm, hat nicht funktioniert, hat einfach gar keinen Schaden gemacht. Dann, ähm, bin ich, wenn ich aus meinem Jump-Bett geflogen bin, bin ich an den Dingen hängen geblieben. Also in der Luft so ein bisschen, bevor man landet, ist man so kurz hängen geblieben. So mit den Armen nach oben hängen geblieben und dann wieder reinge, also dann ganz normal kommt man weiterspielen, ist jetzt nicht so tragisch. Dann haben sie ja ein Grafik-Update gemacht, was ich sehr löblich finde, weil die Map sieht an sich jetzt etwas schöner aus. Augenscheinlich, aber wenn man spielt, merkt man, dass das schrecklich war. Die Gräser, die die jetzt hinzugefügt haben, oh, mein PC ist gerade einfach in Ruhe im Modus gegangen, egal. Die Gräser, die sie hinzugefügt haben, ich hab Sparrow gespielt, die waren fast hüfthoch und du konntest teilweise nicht so viel erkennen, wenn die Leute in den Gräsern rumgelaufen sind. Außerdem, die Büsche waren immer noch so, dass man einfach da rausschießen konnte, ohne dass man sichtbar wird. Ähm, dann war halt, also die haben jetzt viel mehr Pflanzen überall hingemacht, die oben und unten und keine Ahnung war sehen. Das hat für mich und mein Empfinden, das könnt ihr auch gerne anders sehen, also alle Punkte könnt ihr ja anders sehen, ähm, hat das sehr gestört, dass da jetzt so viel Kram drumherum ist, was übel abgelenkt hat. Dann, ganz schrecklich, haben sie jetzt ja diesen, ähm, Effekt reingebracht auf die Minions, dass wenn du auf die zielst, dann fangen die rot an zu glühen. Und nicht nur die Minions, sondern die Lebensbalken fangen richtig krass rot an zu glühen, das heißt, du kannst teilweise gar nicht mehr erkennen, ob das jetzt im dunkelroten Bereich ist zum Last Hitten oder nicht. Da musst du schon sehr, sehr genau hingucken. Also es ist nicht, dass es eher erst orange ist und dann rot wird, sondern es ist rot und fängt auch rot an zu glühen und dann bleibt es da drunter rot. Das heißt, du kannst es sehr schlecht erkennen, einfach nur. Ich musste dann die Gräser runterstellen und hab jetzt quasi ohne Gras gespielt, was total beschissen aussieht, ähm, damit ich noch ordentlich was erkennen konnte in dem Game. Ja, ob man das mit den Minions, äh, ausstellen kann, weiß ich nicht, hab ich jetzt nicht mehr nachgeguckt. Ähm, ich hatte einen Bug, weswegen ich dann das Game auch, äh, verlassen musste und hab's dann auch, äh, weggelassen. Ähm, mit Twin Blast, dass ich gespawnt bin und ich war quasi immer noch in der Kameraansicht. Das heißt, ich konnte Twin Blast zwar steuern, ich hatte aber immer noch diese zwei Icons rechts und links, dass ich mit dem, meine Kamera zwischen den Gegnern hin und her wechseln soll. Und ich konnte quasi keine, äh, ich konnte nicht mehr springen, ich konnte mich nicht mehr richtig bewegen und so. Ich konnte quasi nur noch rumlaufen und schießen. Also, dann musste ich das Game quasi neu starten. Ich hab's, ich hab's auch gar nicht neu gestartet, ich bin dann einfach rausgegangen und gelieft. War mir dann auch scheißegal. Ähm, genau, das waren, also das waren jetzt nur die Bugs, die wir beim, bei dem letzten Patch, die jetzt dann dazu kam quasi. Und ich hab mich so auf diesen Patch gefreut, weil ja auch dieses Mastery-System bald reinkommen sollte und es sollte ja auch, äh, ins Game reinkommen, dass, äh, man, ähm, mit seinem Account-Level so ein Game-Pass hat, ne, dass man da Sachen freispielen kann, das war auch nicht drin. Keine Ahnung, also im Prinzip, da waren jetzt ein paar neue Items drin, aber die haben mich eh nicht interessiert, weil ich hab Carry gespielt. Und also, ich hab dieselben Items gebaut wie sonst immer auch. Also, ist irgendwie gar kein Unterschied. Die Bann-Phase nervt mich, das Matchmaking nervt mich. Also, es sind so viele Sachen, die mich einfach nur nerven an diesem Spiel. Ähm, und generell, wie, wie clunky sich das alles teilweise anfühlt, ne? Du machst eine Attacke, es kommt verzögert raus, manchmal schießt du im selben Rhythmus, und dann hast du wie so ein, als hättest du ein Lag zwischen den Outdoor-Tags. Also, normalerweise sagen wir, du würdest einmal pro Sekunde schießen. Und manchmal schießt du dann irgendwie erst nach 1,3 Sekunden wieder, als hättest du so einen kleinen Lag dazwischen. Ich hab auch, spiel auch irgendwie mal mit einem 30, 40er Ping, während ich bei allen anderen Spielen mit einem 5-10er Ping spiele. Also, auch ein bisschen komisch. Aber egal, soll mich jetzt nicht weiter stören, ne? Aber das sind so alles Punkte, die mich, die haben, die haben für mich heute das fast zum Überlaufen gebracht. So versteht mich nicht falsch. Ich liebe Overprime, und ich hab immer gesagt, das ist ein richtig geiles Game. Ich liebe die Skins, ich liebe den Sound, ich liebe das Treffer-Feedback. Ähm, ich liebe den Mini-Prime. Äh, ich liebe auf eine gewisse Art und Weise auch den Spirit und vor allem die Map mit den Pits. Ich hasse die Portale, ich hasse den großen Prime, ich hasse, dass es nur ein Tower gibt. Ich hasse die Minions und die Lanes komplett. Ich hasse die Inhips, ähm, ich hasse den Jungle, ich hasse, Portal hab ich schon gesagt, ich hasse die Texturen, ich hasse den Look der Map. Ähm, ja, und ich hasse diese Effektüberladenheit. Also, es sind zu viele Sachen. Aber der Hauptgrund, warum ich jetzt das Game deinstalliert hab, jetzt abgesehen von diesen ganzen Bugs, ist, ähm, ich hab immer, ich hab immer beide Games gleich viel gespielt, ne? Ich hab immer so die Games aufgenommen, hab dann immer so die Games gespielt, dass ich Content für YouTube hatte. Also, ich hab ja im Stream quasi einfach immer nur meinen YouTube-Content aufgenommen. Und ich hab halt gemerkt, immer wenn ich gesagt hab, okay, mir gehen jetzt so langsam die Overprime-Folgen zu Neige, ich muss mal wieder Overprime spielen, dass ich Overprime spiele und mir dann nach drei Runden gedacht hab, oder schon nach der erste eigentlich, oh, ich will eigentlich wieder, ich will eigentlich wieder Pred spielen. Ich spiel das jetzt nur, damit ich Content für YouTube habe und ich hab das ja auch meinem, meinem großen Kanal gewidmet, ne? Meinem großen Paragon-Kanal, mein Sonic Paragon, wo ihr das Video jetzt auch seht. Ich hab ja noch einen neuen Predecessor-Kanal gestartet, ähm, den ich ja gefüttert habe mit Predecessor-Content. Und früher hatte ich ja beides auf einem. Und jetzt hab ich gesagt, nee, Leute, das kann nicht so weitergehen. Ich hab eigentlich kein, also, kein Interesse mehr, dieses Spiel zu spielen. Obwohl es Rank gibt, obwohl ich mit dem Account-Level Sachen freischalten kann, obwohl ich noch nicht mal alle Helden freigeschaltet hab, aber ich hab mir jetzt echt gesagt, das ist einfach, wenn ich das Game spiele, hab ich eigentlich Bock, Prede zu spielen. Und ich, also, ihr seht ja auch die, ich mein, ihr könnt ja, ihr müsst mir nicht vertrauen oder sonst irgendwas, aber schaut euch mal die Spielerzahlen auf Steam an. Die Spielerzahlen von Overprime gehen ständig tiefer, die gehen ständig weiter runter. Die von Prede auch teilweise, aber von Prede geht die Kurve runter, geht dann wieder hoch, dann geht's wieder ein bisschen runter, dann geht's wieder hoch. Und von Overprime ist freier Fall. Ähm, es kommt kein, und das ist Free-to-Play, es kommen keine neuen Spieler dazu, ähm, und es wird eigentlich nichts verbessert. Vor allem wird auch nicht verbessert, dass die Lanes irgendeinen Sinn machen. Die Lanes machen keinen Sinn in diesem Spiel. Die Last Hits sind sowas von einfach zu machen, dass es eigentlich scheißegal ist, ob du Last Hits machst oder nicht, weil du kannst ja sowieso mit zwei Attacken die ganze Lane-Ratzeputze leer, äh, fegen. Kannst aber nix pushen oder nur mit fünf Mann pushen oder so, indem dann, wenn dann der Tank pusht, weil die Minions so schnell sterben, dass es eigentlich kackegal ist. Du kannst Tower-Diven noch und Löcher, ähm, du kannst Tower kaputt machen, indem du einfach gar keine Minions hast. Also, der, der Core explodiert einfach so, wenn du den, oder, also nicht einfach so, der hat ein Prozent dann, wenn du den Prime machst. Das sind alles Sachen, wo ich mir denke, das ist für mich nicht das Spiel, was ich spielen will. Das Kämpfen und so macht übel Bock in Overprime. Das Kämpfen ist richtig geil, mit einem Mörder krumm zu laufen, babam, eine Wombo-Kombo zu machen, was weiß ich was. Okay, okay, vergesst die Wombo-Kombos, die finde ich kacke, weil die funktionieren meistens nicht so, weil man einfach zu lange lebt. Aber, ja, einfach da rumzulaufen, seine Attacken zu machen, durch den Busch zu rennen, ähm, und einfach diese ganzen Fights, die machen halt sehr, sehr viel Bock. Also, das ist das, was ich an Overprime wirklich liebe und was ich auch vermissen werde. Ähm, aber alles andere, das komplette MOBA-System macht in meinen Augen gar keinen Sinn mehr in diesem Spiel. Also, Lanes pushen, Lanes verteidigen, das ist eigentlich nicht existent. Das Einzige, was man macht, ist, dass man rumläuft und sich prügelt. So, und dann macht man den Prime, man muss da hin rotieren. Es gibt auch nicht so wirklich River-Buffs, die man sich schnappen kann, um Vorteile zu bekommen oder irgendwie sowas, außer den einen, der dir ein bisschen Mana gibt, aber wow. Äh, ja. Du klopfst dich um den Raptor, also um den Spirit, dann klopfst dich um den Mini-Prime, dann klopfst dich um den Spirit, dann klopfst du um den Mini-Prime, dann klopfst dich um den Spirit, dann klopfst dich um den großen Prime, das ist eigentlich so, wie man das Game spielt. Und das ist für mich nicht das, was ich an dem MOBA gesucht habe und auch nicht suche. Und ich habe jetzt seit November darauf gehofft, dass das angepasst wird. Und wir haben es hundertmal in einem Podcast gesagt, bitte pass das an, bitte mach das, bitte mach dies. Und es ist nichts passiert. Es gibt immer noch keinen Spectator-Mode. Ich sehe keine Turniere irgendwie, die gespielt werden, während bei Pred sehe ich andauernd Turniere, die ich mir gerne angucke und so. Ja, und also ich finde es einfach nur, einfach nur sehr, sehr traurig. Soll aber nicht bedeuten, dass ich nicht irgendwann wieder Overprime spielen werde. Ich werde jetzt aber mal eine Weile Pause machen. Ich habe jetzt noch, weiß ich nicht, 20 oder so Gameplays da liegen. Die sind halt jetzt ein bisschen älter. Ähm, die werde ich, ja, noch nach und nach veröffentlichen. Und bis diese, also bis vielleicht der nächste Held kommt, werde ich, oder das Mastery System, mal gucken, ähm, werde ich erstmal das Game pausieren und es nicht weiterspielen und, ähm, mich komplett auf Pred konzentrieren. Der Podcast, den werde ich, ähm, wahrscheinlich, weiß ich, ob ich ihn hier lassen soll. Auf dem Kanal hier. I don't know. Ne, ich glaube, ich werde, ich werde den Podcast auf den, äh, Predacitor-Kanal verlegen. Ähm, ja. Ich meine, die älteren Folgen hört sowieso keine an. Ähm, also wenn ihr an Pred interessiert seid, dann, dann abonniert auf jeden Fall sowieso den Pred-Kanal. Dann, dann werde ich da jetzt den Podcast hin verlegen. Und hier auf dem Kanal werde ich dann vielleicht ein paar andere Sachen machen. Ich schau mal. Also, ich werde auf jeden Fall mal gucken. Pred werde ich allein nur für Pred machen, weil da weiß ich, das ist Content, den ich mache. Ähm, ich werde, ich habe auch gesagt, komm, ich nutze die Chance und werde Tipps und Guides und keine Ahnung was zu Pred machen. Ich habe immer die ganze Zeit überlegt, ja, okay, bevor ich jetzt ein Game mache, die sind ja, die entwickeln sich ja beide immer so schnell weiter. Da machst du einen Guide und der ist dann in zwei Wochen wieder obsolet, weil sich wieder was geändert hat und so weiter. Aber ich werde zu Overprime keine Guides erstmal machen, bis das Game entweder besser geworden ist oder ganz weg ist vom Fenster. Aber ich werde, äh, mich ein bisschen zu Pred weiter hinziehen und da ein bisschen was machen. Ähm, auch habe ich mich für die Partnerschaft mit Pred beworben. Das bedeutet, ich werde wahrscheinlich in Zukunft, äh, auch die Tests machen können, die intern abgehen. Ich werde da nichts drüber sagen können, aber ich werde dann ein bisschen mehr bei Pred, äh, so hinter den Kulissen spielen, sagen wir es mal so. Und, ähm, ja, das Ganze so ein bisschen mir noch genauer angucken. Ja, das wollte ich euch nur gesagt haben. Es war jetzt ein langes Video, aber das ist mein, mein Statement. Und ich werde mich jetzt hinsetzen und mir ein paar Gedanken machen zu ein paar Pred-Videos, die ich aufnehmen werde und werde jetzt ein paar mehr YouTube-Videos machen, damit ich auch den Kanal, ähm, mal auf die tausend Abonnenten bekomme. Ähm, wie es jetzt hier auf dem Kanal weitergeht, ich habe keine Ahnung, ähm, im Mai kommen Welt-Exports raus. Ähm, ich glaube, ich werde diesen Kanal hier umbranden in einfach nur Sonic, ähm, und werde das Paragon rauslöschen und werde einfach, das wird einfach mein normaler Let's Play-Kanal und für Pred werde ich dann dediziert auf meinem Pred-Kanal. Und dann werde ich hier, ähm, auf dem Kanal auch andere Gameplays und Let's Plays wieder hochladen. Ich habe zwar einen Let's Play-Kanal gemacht, aber scheiß drauf, den werde ich wieder löschen. Ähm, genau. Falls ich dann wieder Bock habe, ein paar Let's Plays zu machen und so, dann werde ich die hier alle hochladen. Sollte es wieder News geben zu Overprime, dann werden die sicherlich auch hier auf dem Kanal stattfinden. Aber, ähm, das wird jetzt mein normaler YouTube-Kanal, würde ich sagen. Gut, ich wünsche euch was, haut rein und, ähm, sagt mir gerne mal eure Meinung. Feiert ihr noch. Achso, übrigens habe ich, äh, ja zwei Umfragen gemacht. Eine auf meinem Pred-Kanal und eine auf meinem Overprime-Kanal, welches Game ihr besser findet. Und auf beiden Kanälen haben, äh, die Mehrheit gesagt, dass sie Pred-Assessor besser finden. Total dumm, auf den 8000 Abonnenten, ähm, Paragon-Kanal schreiben die Leute, sie finden Pred besser. Also, ja, ist schon ein bisschen wild, ne? Also, wir werden Welt-Experts spielen, auch im Stream. Das wird hier, da werden auch coole Gameplays hier auf dem Kanal hochgeladen werden. Und im Juni geht's mit Diablo 4 los, äh, da, das werde ich auch komplett durchspielen in der Story. Und hier hochladen, das, äh, wird bestimmt eine coole Sache, ne? Also, hier werde ich wieder teilweise einfach ganz normale Let's Plays machen. Falls ihr die abonnieren möchtet, ähm, tut euch keinen Zwang an. Mir sind die Abos scheißegal. Ich mache das hier immer nur als Hobby. Ihr wisst, ich mache hauptberuflich YouTube und habe mehrere Kanäle, die ich betreue. Und deswegen ist mir der Kanal hier sowas von scheißegal, wenn ich ehrlich bin. Weil mich interessiert nicht, ob ich damit irgendwie Geld verdiene. Es soll, das ist mein Hobby und ich will in meinem Hobby das ausleben, was mir Spaß macht. Und Spaß ist für mich die oberste Priorität. Und wenn mir Sachen keinen Spaß machen, dann möchte ich die hier auch nicht mehr machen. Ähm, genau. Deswegen, seid da nachsichtig, wollte ich sagen. Egal. Ihr wisst, ihr wisst Bescheid. Ähm, okay. Wir gucken mal, wie es so in ein, zwei, drei Monaten aussieht, wenn Overprime sich gefangen hat. Vielleicht ist es nochmal ein Konsolen-Release irgendwann. Jo, bis dahin. Ich wünsche euch was. Stay pumped. Ciao. 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 Ciao.